So, ich bin wieder da. Wir müssen einfach nach Dämmerstein. Das mache ich auch, indem ich mir mein Pferdchen geholt habe, das da brav rumsteht. Und dann bekommt man da vier Dederer Herzen. Mit den Dederer Herzen kann man sich dann das Dederer Equip machen, was, ja, angeblich das Beste im Fenster geben sollen soll. Gut. Wir erstmal nach Winterfeste. Weil von dort aus schneller geht's nach Dämmerstein. Und ich das nicht cool finde. Ich spreche Kanackendeutsch. Okay. Ähm, natürlich Dämmerstein. Ja, Markierung. Äh. Gut. Los, Fertien. Lauf. Gips kann ich nicht irgendwie jetzt so über die Berge schnell irgendwie... Mit dem Pferdchen geht alles. Mit dem Pferdchen kann's nicht überall hinbacken. Aber ich muss aufpassen, dass es mir nicht wieder abkommt. So, wir lassen mal. No. Oh. Oh, Gott. Das Pferd, das nervt mich. Aber... Dafür haben wir es bald geschafft. Und jetzt muss ich echt aufpassen, dass mir mein Pferd nicht abkommt. Aber hier soll sie es, glaube ich, nicht abkacken. Gut. Was machen die denn da? Was machen die denn da? Ach, die Sturmmäntel. Oh, ja. Warum hab ich die jetzt umgelegt? Ja, die sind da aufeinander losgegangen. Was sollte ich da bitte schön machen? Zuschauen. Gesundheit. Schwerere Rüstung. Molch. Oder was ist das denn? Und wir... Ach. Ja, Rüstung wird aus gut ausgestattet. Das gehen wir hoch. Kranjagard, schwere Rüstung. Das ist ganz schön hilfreich. Warum hab ich die nochmal umgelegt? Ich weiß es nicht. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte tu mir nix, bitte tu mir nix. Bitte. Tu mir nix. Er kommt. Oh Gott, ich komm mich jetzt hier runter. Ach, Mann, sei Dank. Das sah so hoch aus. Oh. Oh. Den kann man nicht trauen. Sind gefährliche Hunde. Laufwertchen. Lauf. Um dein Leben. So. Gut, wir haben sie abgehängt. Puh. Das war die Eispolizei. Hahaha. Wann, meine Witze sind sowas von schlecht. Da geht's aber tief runter. Und ich will nicht, dass mein Pferd abkackt. 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 Gut. Gut. Wir haben ihn abgehängt. Oder auch nicht. Ich werde mir wahrscheinlich Mods einlegen. Wo die Texturen anders sind. Von der Deda, Russi und, äh, der Brachenblut, Russi. Ich weiß nicht, ob man mehrere Mods auf einmal haben kann. Was sind das? Was ist das hier? Wann brennt's? Ja. Durchsuchen. Was war denn hier? Was war denn da los? Hatte im Bücher. Aha. Okay, egal, weiter geht's. Wir sind gleich da. Weiß nicht, ob ich hier hoch muss. Ich will einfach mal da weiter. Na ja, wie gesagt, ich werde mir einen Mod holen. Äh, wahrscheinlich jetzt direkt gleich nach der Aufnahme. Ähm. Für bessere Dingerstexturen und... Für bessere Texturen. Und wahrscheinlich für bessere Grafik. Ähm, ja. Gibt's ja noch zu sagen, eigentlich nix. Gott, wann sind wir endlich da? Ja. Oder ist es... Ist doch... Ja. Gleich sind wir da. Dämmerstein. Wir haben Dämmerstein entdeckt. Ist ich hier hoch? Dämmerstein. Ja, ja, blabla. Dämmerstein. Gut, äh, da kann ich eigentlich die, äh... M1 hier festnehmen. Gut. Hier ist also eine Schmiede. So, ich stell dir mal... ...mein Dingenspferdchen ab. Ähm. Hm. Ach. Ich hab ja was total vergessen. Verschiedenes. Ich suche das... ...auf Karte zeigen. Ich muss noch irgendwo die Einladung haben. Oh. Warte hier. Kärtchen. Meine Einladung ist ja zu Hause. Ähm. Wollen ist da? Weißdorf. Ähm. Ja, schnell nach Weißdorf reisen. Um meine Einladung zu holen. Und, äh... ...dann kann ich auch einen. Ich bin Stufe 22. Wie schön. Ich find die Rüstung sowas von geil. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. Wäre vielleicht genau das richtige... ...wirklich nicht. Raus hier. Aber wenn ich meine Tochter in den Arm... ...raus hier aber sofort. Sofort. Ha! ... ... ... Das war's für heute.